Sie sind klein. Sie sind viele. Viren und Bakterien. Und einige wollen nur eines. Uns infizieren und krank machen. Und das sehr oft in öffentlichen Sanitärräumen. Etwa in Schwimmbädern, an Bahnhöfen, an Flughäfen oder auch an Raststätten. Neueste Studien zeigen, 60 Prozent der untersuchten Raststätten in Deutschland sind gesundheitlich bedenklich. Höchste Zeit also Keimen und Co. das Leben mit Shell-Lösungen so richtig schwer zu machen. Zum Beispiel mit berührungslos auslösenden Armaturen. Ihr Vorteil? Sie vermeiden den Kontakt mit möglichen Krankheitserregern. Und darauf kommt es an. Denn laut WHO werden bis zu 80 Prozent aller Infektionskrankheiten via Hände übertragen. Eine weitere Hygieneanforderung? Das leichte Reinigen der Armaturen von außen. Bei Shell dank abgerundeter Kanten und besonders glatter Oberflächen selbstverständlich. Genauso wie die Verwendung ausschließlich trinkwassergeeigneter Materialien gemäß Trinkwasserverordnung. Doch eine der größten Gefahren lauert im Duschbereich. Legionellen. Mit ihnen infizieren sich nach aktuellen Schätzungen alleine in Deutschland jährlich bis zu 30.000 Menschen. Wobei es in schweren Fällen zur Legionärskrankheit und in der Folge zu einer gefährlichen Lungenentzündung kommen kann. In 10 bis 15 Prozent verläuft diese tödlich. Was also dagegen tun? Erstens vermeiden Sie, dass Wasser zu lange in Rohrleitungen steht. Zweitens sorgen Sie dafür, dass die Warmwassertemperatur stets über 55 Grad liegt. Und drittens gehen Sie mit einer thermischen Desinfektion auf Nummer sicher. Einfach Warmwasserspeicher auf 70 Grad aufheizen und im Anschluss das gesamte System einschließlich aller Entnahmearmaturen circa drei Minuten mit mindestens 70 Grad heißem Wasser durchspülen. Für Legionellen bedeutet das den sicheren Tod. Genauso wichtig wie die thermische Desinfektion ist die regelmäßige Trinkwasserkontrolle. Nur so lässt sich nachweisen, dass das Warmwassersystem auch wirklich keimfrei ist. Was Sie dazu brauchen? Einen zertifizierten Probenehmer und eine Probenahmearmatur von Shell. Aber es sind nicht nur Legionellen, die eine große Gefahr für die Gesundheit von Nutzern öffentlicher Sanitärräume darstellen. Es ist auch stagnierendes Wasser, weil sich in ihm leicht Biofilme bilden, die ein idealer Nährboden für Viren und Bakterien sind. Unsere Antwort? Elektronisch gesteuerte Armaturen. Sie lösen spätestens 24 Stunden nach der letzten Benutzung für circa 30 Sekunden einen Spülgang aus. Übrigens, Stagnationsintervalle und Spüldauer lassen sich bei vielen unserer Produkte zuverlässig und einfach einstellen. Mit Laptop und unserer E-Shell-Software. Und was ist, wenn Waschtische kurz- oder längerfristig nicht genutzt werden? Kein Problem. Unsere innovative High-Twin-Technologie sorgt dafür, dass Wandscheiben, Eckventil- und Armaturenanschlussleitungen für Trinkwasser bis zu den Entnahmearmaturen ständig durchströmt werden. Sie sehen also, Shell bietet jede Menge Lösungen, um die Nutzer- und Trinkwasserhygiene in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen sicherzustellen. Schlechte Zeiten für Keime und Co. Gute Zeiten für Sie. Shell – Verantwortung für Gesundheit